Und du warst die ganze Zeit bei Asaf und hast nichts über die Käufer ausgeworfen. Kapitel 8. Pratmen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Ah, Moment, Moment, Moment. Einmal die Kante runter bitte und einmal den Schatz nehmen. Sehr schön. Ich blick doch noch nicht so ganz durch irgendwie mit den Familienverhältnissen. Ich weiß auch nicht. Ich hab die ganze Zeit gedacht, das ist die Tochter von Nathan, aber scheinbar dann doch nicht. Oh, hier gibt's gleich eine Rutschpartie, oder? Okay, wir müssen aber hier weiter durch, oder? Ja. Ja, für unsere Verhältnisse vielleicht nicht modern, aber für die damaligen Verhältnisse, denke ich mal, ist das sehr modern gewesen, ne? Okay. Okay. Hm, hm. Was meinst du, hat er dich gefoltert? Oh ja, hat ohne Pause über sich und sein Ziel geredet. Ehrlich, Mann, ich schnall's. Du musst mich nicht überzeugen. Ich bin nur auf die Kohle aus. Ach, ich hasse, wenn Leute rumschwafeln. Ja, ätzend, oder? Das war ja sicher eine ganz tolle Folter. Hier höre ich was, aber hier können wir nicht hoch, ne? Ist das wieder so ein blödes Ding von der anderen Seite, oder? Oh, nein, 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 nein. Da kommen wir doch wieder nicht rüber. Moment. Ich will da jetzt hoch. Oder komme ich da auf die Schienen drauf, wenn ich da runterrutsche? Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Also rechts müssen wir weiter, gehe ich mal stark von aus. Die Frage ist... Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe die Frage, glaube ich, gerade beantwortet. Ähm. Die Frage ist jetzt... Ach, da unten. Hardcore-Schatzsucher. Sehr schön. Das sind wahrscheinlich so und so viele Dinger, die wir gefunden haben. Halt dich bloß fest. Okay. Das Schöne ist ja, die sind ja alle gleich gut. Hilfst du mal? Kein Problem. Und klettern und so weiter, meine ich. Boah, jetzt macht Leute. Boah, jetzt macht Leute. Geh nur mir jetzt meinen Sprung hier... Blockiers, na toll. Ja, sie blockiert den Sprung hier. Ich muss dahin, glaube ich. Alles gut, ich hänge nur so ein bisschen rum. Aber ich habe die schönere Aussicht. Hey, wo ist Sam? Ich glaube, er hat kein was. Ah, ja. Hatte ich vergessen. Er kommt schon klar. Er hat kein was? Moment, halt, stopp. Hey, danke übrigens, dass du Sam nicht abgemürzt hast. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Na bitte, gut. Positive Einstellung. Er könnte Lockvogel spielen. Feuer für uns auf sich lenken. Sich auf eine Granate werfen und uns alle retten. Ja, an sowas habe ich auch gedacht. So. Ist wieder irgendwas über uns, oder? Boah, was ist das bitte? Hallo, geht's noch? Warum ist das so laut da in der Ecke? Ich habe zuerst gedacht, das sind... Das sind Schlangen. Aber ich habe keine gesehen. Und soweit ich weiß, können Schlangen einen auch nicht töten im Spiel. Wo sind das diese Viecher, die hier so rumfliegen? Ich habe keine Ahnung. Können wir hier irgendwie hoch? Boah, das muss doch irgendwas damit zu tun haben, oder? Boah. Ich denke mal, dass ihr das... Nicht so laut hört, aber in den Kopfhörern ist es echt extrem. Ah, da also. Du willst mich verarschen, oder? Wie sollen wir den denn da rüberholen? Ich meine, das Ding könnten wir theoretisch da rüber schieben. Aber bringt ihm das was zum Festhalten? Hey, damit könnte es gehen. Oh, verdammte Scheiße, ist das schwer. Aber er kann sich doch unten genauso an der Kante oder an deren Hand festhalten, als an verrotteten Holz. Ja, okay, es geht doch ein Stück weiter noch rein. Ah, wird schon schief gehen. Oh, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Autsch. Ohne ihre Hilfe hätte ich dich nie gefunden, okay? Okay, sie will mich bloß am liebsten umbringen. Dann gib ihr keinen Grund dazu. Ja, so ganz Unrecht hat sie nicht. Wobei das natürlich nicht heiß. Ja, 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 ich hab das Y gesehen. Nadine, sieh mal nach, ob wir da oben was brauchen. Ich mach das. Nein, schon gut. Na los, Süße, ich helf dir hoch. Okay, ich möchte nur Gentleman sein. Sieh einfach zu und lärm. Hoch mit dir. Okay. Ist da irgendwas zum Raufklettern? Eine Kiste oder sowas? Das sollte gehen. Ha, cool. Ja, ist halt nicht ganz Unrecht, oder? Ich würde ihn nicht zurücklassen. Ja, na ja. Sei netter. Ich bin mir aber trotzdem nicht so ganz sicher, ob sie es nicht tun würde, ehrlich gesagt. Ja, das war doch jetzt eine Sackgasse, wo es Eltern jetzt sind, da oben. Ach so, da. Ja, springen, komm, sonst verballerst du mir hier wieder. Scheiße, ich kann die nicht treten. Geh mir doch aus den Weg, Mann, sonst kann ich hier nicht springen. Sam, siehst du, wo es weitergeht? Jemand nimmt. Wir brauchen eure Enteerhaken. Okidoki, bin unterwegs. Ja. Chloé! Chloé! Oh, shit! Okay. Bist du okay? Ja. Gut, ich leih mir einfach nen Diensthaken und... Ich hab ne bessere Idee. Was hast du... Nicht bewegen. Nicht doch, ey! Ich sagte nicht bewegen. Nicht zu fassen. Hey, Chloé, kann ich mal dein Seil haben? Klar, aber ich zuerst. Ich würde auch gerne mal, äh, da oben rumgehen. Aber es wäre schön, wenn du einfach mal den Weg freimachen würdest. Nicht so richtig alles klar, ne? Kriege ich mein Seil doch wieder zurück? Hallo? Geht's noch? Bring dir nächstes Mal selbst ein Seil mit. Achtung! Aber wenn ich jetzt da rumgehe... Hm. Was ist das denn? Das muss doch irgendwo da links sein, denke ich mal. Oder ist das unter mir in der Höhle? Das Problem ist nur, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hin, ne? Dann sterbe ich. Aber es ist keine Höhle, glaube ich. Hm. Boah, was wurmt mich das, dass das jetzt nicht... Dass ich das jetzt nicht holen kann. Moment. Ähm. Ne, da war doch nichts. Spring doch einfach da hoch. Ja, lass bloß nicht los. Kein Problem. Hallo? Ja, die Kante war auch nur direkt vor ihrer Hand. Ist aber kein Problem. Rutschen wir einfach mal runter. Sie geht offenbar vor. Geh du doch vor und lass mir das Seil da. Alles klar. Vor allem, mach mir mal Platz hier. Rutscht sich da heute noch mal was, oder? Bring dir nächstes Mal selbst ein Seil mit. Ja, das ist ein geiles Seil, wo man noch nicht mal hinkommt. Oh, das ist klasse heute, ehrlich. Okay, also die Kante dürfen wir offensichtlich nicht nehmen. Dann springen wir mal da drüber. Was ist das? Wir werden diesmal bezahlt. Heuer? Klar. Na gut. Das sind nicht viele. Wir können... Halt! Dieser Chef macht keine halben Sachen. Es wird eine ziemliche Show. So eine Scheiße. Schaulein. Was zur Hölle machen die? Wir haben alle umgelegt. Hey, Sam. Was? Hey. Bist du okay? Ja, okay. Du musst nämlich ruhig bleiben. Bin ruhig. Also, aufgepasst, Ladies. Wir machen's so. Ich übernehme den rechten Kerl. Ihr beide bleibt einfach. Shit. Ihr meintet ihr ja noch ruhig! Das ist ja toll ruhig. Das war geil. Ja, wieso habe ich keine Waffe? Da ist auch noch einer? Wie viel frisst der Kerl? Okay. Den trifft man damit offenbar nicht. Ist er jetzt tot? Ich gehe mal davon aus. Wieso habe ich jetzt... Achso, ja klar, habe ich keine Waffe. Die werden mich wahrscheinlich entwaffnet haben, ne? Nehme ich mal an. Also, insofern ist es schon logisch. Aber habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Was macht die? Verstärkung im Anmarsch! Oh, Mann. Ich will den anderen haben. Boah. Kann man den nicht vernünftig treffen? Oder was willst du mich veräppeln? Du bist ein Anmarsch! Kannst nicht gewinnen! War reines Glück! Was ist das anlöscht? Jetzt keine Entschung! Hier wird es enden! Ich glaube, das waren die letzten. Na, hoffentlich. Nöding, können wir kurz reden? Was? Ich folge nur deinem Beispiel. Ja, aber... Kommt, ich lasse nicht zu, dass Shawline den Stoß zahm bekommt. Die Panzerfaust hat den Ausgang zerstört. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sehen wir nach. Ich muss aber erst mal eben gucken, dass ich was Vernünftiges hier kriege. So, die hat mehr Schuss. Was ist das schon besser? Hm, nee, das ist wieder eine andere. Mehr sagt sie nicht. Okay. Sicher? Ich wäre sonst noch mal rechts hingegangen, dass ich da noch mal gucken würde. Nicht, dass da noch irgendwie eine Kiste war oder so. Nein! Oh, Leute. Ich will nicht vor, ich will zurück. Och, ihr Arschlöcher. Jetzt kann man noch nicht mal gucken, ob da eine Kiste war. Toll. Ja, natürlich. Wieder Rutschpartie über Rutschpartie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße! War das jetzt unbedingt nötig? Hm. Müssen wir ein bisschen höher machen, sonst klappt das nicht. So. Okay. Also dann... Nicht mehr weit bis zum Bahnhof. Tja, wo sind die anderen? Moment, hallöchen, da ist noch ein Schatz. Wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? Komme ich da so hoch? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Ja, 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 ja. Ich will da jetzt aber unbedingt hin. Am besten auf dieser Seite, damit ich auf der anderen Seite das noch holen kann, bitte. Und da kommt das erst, wenn ich mich hier hochhangele. Das kann natürlich auch sein. Oder ich kann... Schauen wir doch mal. Ja, komm, mach weiter. Weiter, weiter, weiter. So, jetzt ist die Frage... Nein, sie springt natürlich nicht. Warum hätte ich auch erwartet, dass es mal funktioniert? Ähm... Leck mich am Arsch, sie lebt! Aber ich könnte da oben... Aber das ist sehr hoch, um sich fallen zu lassen. Wo seid ihr? Am Funkturm. Nadine, siehst du einen Weg hier rauf? Fraser, wir suchen etwas, woran du dein Seilfett machen kannst. Ah, schreit wir an einen Plan. Heute noch? Och, wie oft muss man hier eigentlich drücken, damit die da wirklich hingeht? Ja. Okay, wir versuchen es auf die leider nicht ganz ungefährliche Art und Weise. Ich hab was für dich. Stütz das gegen diese Strebe. Ich mach ja schon. Okay. So, okay. Komm rauf. Ganz so gefährlich ist es dann doch nicht. Und wir haben den Schatz sehr schön. Was hat die denn jetzt hier überhaupt gemacht? Moment, da müssen wir jetzt hier wieder hoch wahrscheinlich. Äh, ach da, okay. Das klingt aber nicht gut. Das klingt wirklich nicht gut. Leute. Wie oft muss ich mich hier noch hochziehen? Ach ja schon. Oh, scheiße. Mann, der sah so stabil aus. Mhm. Danke, zwei. Gut gemacht. Ja, nicht schlecht. Wo es doch ihre Idee war. Mhm. Okay. Mir ist alles egal. Ich hab den Schatz bekommen. Okay. Okay, also. Warum mauern die den Tunnel zu? Wir könnten die Mauer raupflettern. Aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Und das sind ungrengliche... Dafür kommen wir die Mauer hoch. Die Frage ist, wie können wir das Ding jetzt verstellen? Geht das durch dieses Rote wahrscheinlich, ne? Kann man das drehen? Ja, sieht so aus. Hm. So kennen wir ihn. So lieben wir ihn nicht, aber so kennen wir ihn. Was ist die jetzt geändert? Ich glaube schon. So, es tut mir leid, aber ich möchte nicht diejenige sein, die gleich erquetscht wird. Du gehst auf die Seite. Wenn er da stehen bleibt, ist es nicht mein Problem. So, wir sind gleich da, wollte ich dir nur gesagt haben. Oh, praktisch. Ach, das war ihre Taschenlampe. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwas gehört. Sag mir nicht, dass es irgendwo... Na? Ja, natürlich. Mit ein bisschen Licht wäre das hier besser. Irgendwelche Leitern, Sam? Das waren ein paar echt abgefahrene Tage, was? Hm. Ja, naja. Ich hätte nicht erwartet, dass Sam Drake wieder in mein Leben tritt. Weißt du, ich war mir auch nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Musst du dich etwas auf die Probe stellen? Zum Beispiel mich zwei Stunden in der Kriegszone warten zu lassen? Das war schon eine Geduldsprobe. Also, in dem Fall habe ich mich echt nur verspätet. Auf dem Markt war so ein kleines Mädchen, das mir ein Tuch verkauft hat. Hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Wer es glaubt, wird selig. Hey, geht ihr zurück zu den Schienen? Ich habe hier was, das könnte klappen. Ja, wir kommen. Ich will nicht zu den Schienen. Ich will da oben das verdammte Ding nehmen. Aber zurück zu den Schienen meint er jetzt ganz raus, nehme ich mal an. Okay, Sam, was hast du entdeckt? Ich habe eine Kiste entdeckt. Das war ja klar. Hier, ich schiebe sie runter. Warte, die allein ist nicht hoch genug. Oh, stimmt, hast recht. Ähm. Ja, ich könnte den, achso, ich könnte den Wagen dahin. Reicht das? Ich weiß es nicht. Wir schieben den Wagen. Na bitte, hast ne ganz schön kässe rüber. Eine was? Na. Rüber halt, dein Kopf, deine grauen Zellen. Danach klang es aber gar nicht. Oh, jetzt kommt man hier nicht rein. Das war ein Kompliment, verdammt doch mal. So. Jetzt komme ich rein. Ich werde nicht diejenige sein, die hier plattgedrückt wird. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ich hasse solche Momente, wo das im Endeffekt alles nur darauf hin zielt, dass es tatsächlich verlängert werden soll. Also das Spiel. Ich meine, er hätte ja auch einfach irgendwas machen können. Ach, jetzt klemmt es nicht mehr. Das ist gut. Praktisch. Ähm. Er hätte ja auch einfach irgendwas machen können, was er dann da hinten runter gehalten hätte. Und sei es nur ein Rohr oder sonst was. Die Kiste wäre hinten natürlich intelligenter gewesen als hier draußen, muss man dazu sagen. Ihr zwei macht das echt super da unten. Hm. Also für mich würde das nicht reichen. Auch das würde für mich nicht reichen. Okay, komm drauf. Na, 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 na. Da. Ich hab's. Oh, oh. Ah, nee. Das ist Wasser. Das sah so aus, als ob das unten durchgebrochen ist. Hilfe. Okay. Oh, hey. Muss ich übersehen haben. Ja, komm. Lauf. Ich will doch nur hier hoch. Nee, will ich doch gar nicht. So, da kommen wir wahrscheinlich nicht direkt hoch. Ah, okay. Verstehe. Springen kann sie auch wieder nicht. Okay, dann müssen wir halt klettern. Hey. Wir sind fast da. Sam, du kannst mein Seil nehmen. Geh vor. Er kann meins nehmen. Ich bin endlich im Seilklop. Ich fühl mich geäher. Kann man da runterklettern? Komm mal. Was ist das hier unten? Doch. Ja, spring bloß nicht ab. Ah ja. Ja, ja. Ich seh's. Ich seh's. Ich hab's gehört. Und ich seh's. Ein ziemlich cooler Schädel. Komm ich von hier unten jetzt nochmal da dran? Wahrscheinlich nie wieder, ne? Ich denke auch nicht, dass ich hier hochklettern kann. Ja. Dann müssen wir uns wahrscheinlich einmal sterben. Äh. Oder sie nimmt es auch so noch an. Ach, da müssen wir hin. Okay. Und... Flup. Ihr dürft nachkommen. Ich hab's soweit alles. Weil ich ja so nett bin. Komm mal da rein. Alles okay. Na los. Hier, ich hab dein Seil. Danke. Na großartig. Das wird ja immer besser. Mit das Hafts Männern und Schorlein müssen das mindestens ein paar Dutzend Leute sein. Moment. Was ist in der Kiste? Waffen. Munition vielleicht. Vielleicht. Ich dachte, Schorlein handelt nicht mit Waffen. Wir... Sie tun das auch nicht. Vergesst die Kiste. Wo ist der Stoßzahn? Also da ist der Serv mit... Orca. Wer? Meine ehemalige Leutnant. Ich erinnere mich an den. Ja, da ist er mit seiner schicken Fuku Hila. Stimmt's? Sie hat's kapiert. Okay, die Sache ist gelaufen. Dein Freund Orca hat den Stoßzahn. Aber nicht mehr lange. Hey, wo, 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 stopp. Wir brauchen Planleute. Wie gesagt, da drin sind ein paar Dutzend Männer. Bleib locker. Dann lebst du länger. Ich bin so stolz. Was passiert hier? Nein, du läufst mir jetzt nicht da runter. Auf Miss Ross. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich mal eben kurz in den Pause-Modus, weil ich nämlich die Gelegenheit jetzt eigentlich nutzen wollte, mal kurz eine Pause zu machen. Und ja, das werden wir jetzt auch tun. Und das, ich denke mal, Finale oder zumindest den Weg zum Finale, ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel noch geht, werden wir dann in der nächsten Folge gemeinsam erleben. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.